Ähm, du kleine Wette. 100 Franken, wenn einer von euch zwei noch Saft rausdruckt. Willst du es probieren? Probier's. Hä? Okay. Heul und zack. Ja. Noch nicht. Ja. Hast du noch probieren? Hm? Ja, wenn du abfahren, probier ich doch da gerne. Toi, toi, toi. Aber sag mal, hast du geschwungen früher? Ich? Gewichtheber oder was hast du gemacht? Ich habe jahrelang auf dem Steueramt gearbeitet.